Ja, und wenn sie die dann richtig gebraten haben, sind die richtig lecker. August, wie soll ich denn jetzt noch aufs Kämpfen konzentrieren? Indem ich die Tür aufmache, dann geht das von alleine. Hallo? Tüdelüt. So gehört, der hat Tüdelüt gemacht. Jetzt geht's oben. Jetzt geht's oben. Jetzt geht's nach oben, meine ich. Warte mal. Oh, scheiße! Was denn? Ist er schon wieder vorgeprescht? Nö, kann man so nicht sagen. Aha. Ach, da hinten sind sie. Aha. Ah, ihr seid da tolle. Stell mal ein Geschütz. Ihr seid da tolle Burschen. Sind von der Black Task, ne? Jetzt ein Geschützer, halt. Abwech! Was sind die von der Black Task, sag mal? Sind sie von den Black Task? Die sind sie von den Black Task, ganz sicher. Ja, aber... Ist das jetzt originale von der Black Task? Ist das so ein Nachgemacht? Ich hab so diese kaputt gehen, sind sie nachgemacht. Feldexpertise. Ja, super. Stufenaufstieg. Jawohl, Glückwunsch. Oh, der ist ein Heilemann. Ich versuch den mal, aber der... Da kommt noch welche nach. Aber der Heilemann muss weg, der kommt jetzt in ihre Richtung. Ja, der klingt jetzt. Jawohl, der ist down. Da kommt noch einer nach. Aber da kommen mehrere. Der ist schon geneigt, da durchzulaufen. Ein bisschen. Oh, gucken. Okay, einer down. Da ist noch ein gelber. Ja, den sehe ich. Ich rutsche mal einen vor, dann kann ich ihn besser treffen. Ja. Oh, Luftbombe. Aua. Da ist ja auch eine Luftbombe. Was mach auf, hier. Das ist nur meine Luftbombe, Maja. Oh, behalte mich, ist noch einer. Über dir, über dir. Die Treppe. Ja, warten Sie, ich mach den da oben, die Lina ohne Bär. Das ist dir zu heiß, dann läch dich da einfach hin. Obwohl du was machst, dann ist der schon tot. Hab den da erledigt, dass du was. Nee, ich hab den abgeschossen. Nein. Ja, sicher. Da irren sie sich aber auch. Nee, 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 da ist auch mal 1000 Prozent, dass ich den weggemacht habe. Nein, Leute. Leute, sagt was, ihr habt's gesehen. Nein. Ich hab den zuerst weggemacht. Die Rocklady hat sich wieder an den Füßen gespielt, die ganze Zeit. Was? Und sie haben mich abgelenkt mit ihren Würstchen da. Ach, nicht mit dem Würstchen da, sondern mit ihrem Werner Würstchen. Werner, oder? Hören Sie jetzt auf. Gott. Nachladen. Ja. Wo sind sie denn schon wieder? Hinter ihnen. Haben sie nicht irgendwas erzählt, das ist die kürzeste Mission? Ja. Wir auch. Guck mal, wieder so schöne Bilder. Und so schöne Getränke, zack, hatten sie mal eine Cola. Oh, hier ist eine Kiste. Ich hörst du. Ja, die Bilder sind schön. Na, stimmt. Ja. Hallo? Hier ist eine Kiste. So, sie können sich sicherlich noch an dieses, mit diesen Satellitenschüsseln hier draußen erinnern. Ja, 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 ja. Jetzt läuft das aber ein bisschen anders. Jetzt müssen wir die nicht drehen, glaube ich. Jetzt müssen wir die nur verteidigen, wenn mich das nicht alles täuscht. Ich geh mal hier raus. Ne, warten Sie noch. Die Satellitenschüsseln an. Schalten Sie sie aus, Agent. Jetzt kommt immer Schüssel A. Satellitenschüssel A. Angegriffen. Jetzt müssen wir die hier verteidigen. Das geht eigentlich ganz gut, wenn man, äh, gut auffasst. Aber weiß, wo man sich hinstellen soll. Ja. Zack. So. Jetzt geht's los. Magisch schützt hinstellen hier irgendwo? Ja. Geh mal nach unten. Satellitenschüssel A. Wird angegriffen. Ja. Geh mal nach unten. Ich guck mal von da hinten. Ich weiß, dass sie da nicht durchbrechen. So. Eins sind so fast alle tot. Satellitenschüssel C wird angegriffen. Nein. Ja, ich komm da hin. Wo ist denn C? Wo ist denn C? C ist. Okay. Okay. Satellitenschüssel C wird angegriffen. Okay. Okay. Satellitenschüssel C wird angegriffen. Okay. Das heißt, die kommen jetzt von hier. Genau bei mir. Wo sind sie? Immer da, wo ich sein muss. Da ist noch jemand. Satellitenschüssel C wird angegriffen. Satellitenschüssel B wird angegriffen. Ist doch wieder B? Ja, ja, ich stehe bei B. Ja, ja, ich stehe bei B. Der Mann geschützt hier irgendwie. Satellitenschüssel C wird angegriffen. Dufteternation. Aua. Das war mein Bier. Da ist doch noch einer. So ein orangen-gelber. Äh, äh, lila-laune-bär. Da ist doch noch einer. Warum sehen sie das denn nicht? Den hab ich nicht gesehen. Hat mir leid. Der ist runter. Vor mir weggelaufen. So, weg ist er. Zack. Da ist noch einer. Oh, nein. Okay. Satellitenverbindung entdeckt. Aha. Scheiße. Blacktasks versuchen sich mit den Division-Satelliten zu verbinden. Sie greifen von einem Terminal in der Forschungsabteilung weiter unten auf das Netz zu. Gehen Sie runter und halten Sie sie auf. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen was einsommern. Guter Einsatz, Herr Hoxen. Sehr guter Einsatz. Das haben Sie sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ja, gleichfalls. Sie sind sehr ruhig geblieben. Ja, aber ich, äh... Locker angegriffen. Das war schon nicht schlecht. Ich hoffe, das war zu ihrem... Wo sind sie denn jetzt? Papier Moon? Was machen sie denn da? Schock Moon. Hier, Schock Moon. Hier. 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 Also, sie verwegen aus hier mit dem Dampf, ne? Ja, eigentlich schon. Oh. Zwei Medi-Cats. Oh, cool. Die müssen auch dahinten nicht auch noch was. Oh, da muss ich aber hin. Die müssen sowieso dahin. Und hier ist noch, äh, Mund-Mund-Mund-Kiste. Ja. Oh, doch noch. Gute Arbeit. Also, wirklich gute Arbeit gerade. Die liegen hier alle noch. Okay, los geht's. Ich mach auf'n. Okay. Hier ist auch noch mal ne Kiste. Hier ist auch noch was. Hier auch noch ne Kiste. Oh. Oh. Ich komm mal schauen. Bevor wir die Tür aufmachen, gucken wir noch mal nach. Was haben wir bekommen? Zack. Einmal aufmachen. Äh, eine Handfeuerwaffe, ne neue. Oh. Ne Schrott, ne Schrott. Oh. Also, die Schrotflinte, äh, die, das wünsch ich mir mal. Die hat 100, 100, 9.800 K. Ha, 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 ha. Aber ist ne Schrotflinte, kann ich nichts mit anfangen. Ja, das ist immer das Problem. Ja. Genauso wie hab ich jetzt nen Rucksack gekriegt. Der hat nen Fertigkeitenrang. Mhm. Aber, ja, hat halt keine Waffenschaden. Ich steh mehr auf Waffenschaden. Ja, eigentlich schon, ne. Mhm. Oh, ich hab eine neue Feldkiste. Ich mach die mal offen. Ja, da sind noch tolle Sachen. Die könnte ich nehmen. Die Feldkiste. Moment. Ja. Neue Waffe. Oh. Ich hab ne Waffe bekommen, die eventuell stärker ist. Das ist doch nicht wahr. Die ist nicht stärker. Ey, das enttäuscht mich so sehr, ne. Ja, manchmal ist das so. Also. Kommen Sie, wir gehen dann weiter, vielleicht gibt's da drinnen. Hier ist auch noch was irgendwo. Da ist noch was. Ja schon mal. Ne, kann ich nicht. Da brauchen wir den starken Hoxton. Was haben Sie nicht? Brauchen wir den starken Herrn Hoxton? Der muss die Tür aufbrechen. Ohne mich geht das nicht. Ne. Das wissen Sie aber auch. Ja. Übrigens, Ihr rotes Ding leuchtet nicht mehr rot. Na dann hab ich doch, äh. Kann das sein, dass das so ein, so ein, so ein, so ein Sensor ist, der Feinde anzeigt? Ja nicht. Haben Sie sowas? Kann sein. Der rot blinkt, wenn Sie böse wären, wie so ein Hulk, so? Hm. Achso, dem heißt das Hulk, nicht Hulk. Boah, Sie sich verwandeln oder so? Boah, muss ich wissen. Denkst du mir an die Bernerwürstchen. Berner, bitte. Geh mal runter, sonst geht das hier gar nicht, ey. Ich komm auch mal nach. Ui, das war tief. Na nicht hoch, runter Kollege. Runter. Juuu. Ecke hier alles? Hier ist noch eine Kiste. Du rennst an alle Kisten vorbei, ne? Nein, ich war an der Kiste, aber ich konnte nichts mehr aufnehmen, weil wir gerade vollgemacht haben. Oh, wir haben uns gerade vollgemacht. Nicht so vollgemacht, Herr Hulk, ähm. Oh, gucken Sie mal hier. Die sind ja irgendwie beim letzten Mal, ne? Hier die Büros. Haben Sie erwartet, dass Sie sich bewegen, oder wird? Ne, aber die können ja. Das sucht die nicht. Weiter geht's. Guck mal, gucken Sie, was haben Sie mit denen denn gemacht? Was ist denn hier passiert? Ich glaube, das war beim letzten Mal auch schon so Masa, Masa, Masa. Ich geh mal weiter. Na, hier kommen wir nicht rein, dann müssen wir hier wieder raus. Oh, ne. Okay. Okay, und das läuft jetzt ein bisschen anders ab, als Sie es kennen. So. Geschützi. Ähm, Moment, bitte. Ich würde das hochstellen gerne. Ja, ja, wir stellen das hier oben drauf. Äh, Geschützi. Ich habe ausgerüstet, ich stelle es hier oben drauf. Ah, wo drauf? Hier drauf oder da drauf? Hier drauf. Oder da drauf. Ich stelle es mal hier drauf. Okay, drei. Moment, Moment, Moment. Okay. Drei, zwei, eins, los. Und Roli. Kolli! Roli! Fluftvieh ne? Habe wieder einen Störding in ihn gestellt. Ja, wo denn? hier unten mit denen nicht, da komm ich aber nicht dran, der geht vielleicht verpufft, glaub ich ja, du siehst den Impuls, oder nicht? da ist ein heile Mann oh, fuck aua du seid tot nimmst du den kritischen Blatt klar, wie das schon gemacht der andere eine Drohne unten hängen oh, der hier ist einer warten sie mal, den hol ich mir mal der schießt uns im Nacken der schießt uns im Nacken, der Sack also der Sack nicht der sein Sack sondern der Sack oh, hier ist ein heile Mann oh scheiße Mann so, Heilemann ist weg aua ich bin auch gleich weg oh, der schießt hier mit dem Bummsi Bumms ich hab keine Chance hier die zu tun da ist ja so ne das ist meist mal ne Rolli so das heile Ding ist kaputt ja, hab ich kaputt gemacht ja die sind Drohnen die müssen wir sofort vernichten weil dann geht die hoch und vielleicht Nein Gott ich bin gleich weg ich bin da nein nein da kommt unser Herz zu mir die sind aber zu weit da vorne was machen sie denn aua na bis dahin komme ich nicht wo sie sind das schaue ich nicht aua da kommt schon wieder da wird geflogen boah die fliegen hier die Dinger ey deswegen bin ich ja da abgehauen boah die der fliegt hier komm her da warten sie da kommt gleich das nächste geflogen bestimmt alter ich kann das nicht kommen sie noch her da fliegt schon das nächste wieder da trifft uns doch hier nicht passen sie auf nehmen sie sofort ein Medikit ich hab keins mehr du hast ihn schon ins Match ich hab zwei stück schon genommen weil ich da immer getroffen worden bin wir müssen da unten hin irgendwie ich weiß auch nicht wie aber ich sehr schnell sehe die Schutzen auf das bringt ungemein jetzt der da unten der gelbe der geht mir tierisch auf und senke ich hab hier auch noch ein der gelbe der diese luftdinger da schießt der kommt jetzt auch nach vorne ich wechsle auf scharfschütze ja der kommt hoch hier ich geh mal zu dem hin also stark ist der nicht ja ich weiß jawoll waren sie das jetzt ich hab noch gar nichts gemacht da hat er sich selber jetzt wahrscheinlich selber hochgegangen ne 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 das ist der nicht ne ne das ist der nicht die Töter ja das geht dann und der hier hoch ne ne oh das ist ein super Yoshi Aua ich kann doch nicht alle hier doch ich kann alles doch ich kann alles ach Leute ey denn einer schießt ja aber noch auf mich hinten den hole ich mir wartet noch Freunde den hole ich mir und sag zu ihnen Herr Ochsen ja kann er ja ruhig angst vor mir ja weg ist auch gehen sie zur forschungsabteilung und bringen sie zu Ende war sehr sehr anstrengend jetzt gerade ja das war ein bisschen knifflig aber ich muss mir jetzt erst mal erste hilfe holen und sowas ey ich hab fast alles verbraucht weil die mich weg gemacht haben die säcke das war schon ziemlich heftig jetzt gerade aber halt mit dem Granatenwerfer da kriegen sie einiges zerstören muss ich sagen ja das kann ich das glaube ich Problem ist halt nur sie müssen immer zielen das ist äh dann in dem Moment schwierig das kostet einen Moment Zeit und die haben sie nicht eigentlich sind sie und beim ersten mal mussten wir hier so ein Modul verfolgen Ja ich weiß ja Schockmon Schlüssel der Blackpast oh cool warum mach ich ja nicht immer alles offen sie haben doch auch die Schlüssel ne sie verwahrten sich die alle ne ich hab das nicht gesehen so Moment ich schau jetzt mal nach werden sie doch auf zu erzählen ich weiß doch wie sie ticken Herr Ochsen Denn ich weiß dass doch immer alles so nein 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 wordete död ihr que niet ja ich kennen sie doch nö 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 na können sie doch sagen was zu wollen es ist bei ihnen einfach so nö 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 ja sicher judgeägemörser Munition hört sich auch gut an zusätzliche mörser Munition das schalte ich mal ein Was haben wir denn hier? 10% mehr Schaden. Oh, 10%! Dann nehmen wir doch... Was haben wir hier? Wahnsinn! Einmal auswählen und so. Wollen wir hier was Stärkeres haben? Lebensenergie ist stärker. Dann gucken wir nochmal hier. Wahnsinn, ey. Los! Was stimmt bei Ihnen nicht? So, gehen wir mal hier durch. Das ist Wahnsinn. Ach, er guckt wie das glitzern. Jetzt kommen Sie hier. Ich muss was trinken kurz. Was? Nein! Nein, 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 nein. Sie trinken da nichts von. Kommen Sie jetzt. Ich wollte... Ich habe schon getrunken. Aber nicht davon, ne? Da war es geglitzert. Das ist aber so lecker. Nein, das ist... Gucken Sie mal, wie das aussieht. Nein, kommen Sie jetzt hier. Ich mache die Tür auf. Wollen Sie echt schon aufmachen? Gucken Sie mal auf die Ruhe. Naja. Ich kann doch die Tür aufmachen. Da haben Sie ja schon. Aber wo wir da hinkommen, wie es jetzt weitergeht, würde ich sagen. Das sehen die Leute dann in der nächsten Folge. So sieht es aus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.